Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß. Jetzt sind wir noch bei Bonnie. Ist dann die letzte. Alles klar, wir haben das DLC gleich durch, Leute. Okay, ich habe einen. Ein Schneck für eine Tung. Du bist so schlecht an das. Würdest du lieber einen Schneck für eine Tung? Schade. Oder eine Lobsterklau für die Hand? Sind die Klauhe eine Lobsterklau oder eine menschliche Klauhe? Eine menschliche Klauhe? Das kann man dir leicht machen. Well... Ich denke... Ich denke stärker. Und wie genau Sie denken stärker? Good point. Ich denke über das. Snaketongue. Gross. Was? Wie ist es mehr gross als Lobsterhands? Well... Für einen ist es in deinem Mund. Hey, du fragst die Frage, Haas. Okay... How about... Oh, never mind. Ich sollte wahrscheinlich stopt bugger dich mit stütten Hypotheticals. Oh, come on. Du wärst viel weniger Spaß. Du hast viel mehr Spaß gemacht. Wie fühlst du heute? Wie fühlst du besser? Ich denke, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Okay. Du bist so großartig. Du bist so großartig. Ich bin. 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 Alles klar, ey. Das war knapp. Das sind doch auch die von dem Lager, oder nicht? Das war nicht knapp oder so, nein. Oh, Mama, watch over me. Okay, Barney. Bleib ruhig. Nur Vorsichtshalber. Ich dachte, ich hab mehr Zeit. Okay. Oh, Mama, watch over me. Okay, Barney. Bleib ruhig. Find a weapon. Okay, so Leute, jetzt aber. B-B-Barney. Dee? Oh, Gott, Dee! Ich bin so sorry. Oh, Gott! Warum? Warum? Du... Warum? Du... Du... Ich liebe dich? Wie schlecht ist es? Bonnie? Warum nicht du gesagt was? Du sollte dich gesagt haben. Du... 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 Du wird gut sein, D. Du wird gut sein. Lüge. Du hast das gemacht... für ihn. Was? Ich... Nein, Gott, ich bin sorry. Ich brauche ihn. Ich brauche dich beide. Du... Mensch. Und da hast du ihn. Ich glaube, dass du... hast du die Stolz. Es gibt etwas zwischen uns, aber das nicht, dass ich das wollte. Ich versuchte Gott. Du schlusser... ...schlusser. Okay. D. D., du siehst du? Anni, ich dachte, dass sie dir da sind. Jesus, du bist du? D., Gott, was passiert? Oh, Jesus, oh, Lord, Bonnie, was passiert? Oh, mein Gott, D. Darling, was passiert dir? Ich hatte... ich... ich dachte, dass du... Was meinst du, Bonnie? Was war das, was du gerade gesagt hast? Es war wirklich ein Verkauf, Leyland. Es war wirklich... Du hast das gemacht? Du hast das gemacht, D. Du hast das gemacht, D.? Ich bin... Gesteht, du musst du in, du hast du in. Du hast du in, du hast du in. Ich verstehe das. Ich verstehe nicht. Wie ist es passiert? Entschuldigung. Entschuldigung, Leland. Bonnie... Back this way! Oh, ich fühle mich. No, du gehst! Which way? Da! Entschuldigung, dass ich das für dich mache. Ich werde dich hier. This way. Leland, du musst sie weg. Ich glaube, ich habe etwas hier gesehen. Sie waren diese Richtung! Leland, zurück hier! Wenn sie für dieses Ding sterben wird, werde ich sicher nicht hinterlassen. Alles klar! Tag 400. Oh. Okay. Oh. Okay. Ich habe ihn gefunden. Holy shit. Good job. Alles okay? Tut mich gut so gut. Ich versuch's sie. Ich versuch's ihr. Ja, gut gemeint. Dai dir vor, zitiere. Ich versuch's ihn. Ich versuch's ihn. Ich versuch's ihr. Was kann sein. Vous habe ihn. Alles gut? Schmitz! Nicht schmuck! Wer bist du? Mein Name ist Tavia. Wie hast du uns gefunden? Ich habe deine Note gefunden. Ich bin ein Scout für ein growingen Settlement im Norden. Wir gehen raus und suchen die Survivoren, um sie zu retten. Wir haben Essen, Wasser, und Schlaufe für alle. Wir wünschen dir eine Chance, um uns zu helfen und zu beginnen. Gott, das ist zu gut, aber ich glaube, es ist. Bonnie, geh real. Nur weil du die Wahrheit immer sagen musst, nicht jeder andere macht. Wenn ich nicht in die Menschen glaubte, würde ich sterben. Ich weiß das für sicher. Menschen können dich über dich, wenn du sie verletzt hast. Wie Leland verletzt, wenn du dich alleine verletzt hast? Das ist genug, Bekka. Leute, wenn ich eine Sache von Danny gelernt habe, ist, dass wir uns zusammenhängen und sich selbst verletzt haben. Was? Das Mann war ein Schlaufe. Du solltest dich glücklich sein, dass er sich verletzt hat, bevor Schlau und Bekka haben uns gehört. Warum? Keine Ahnung. Ja, verletzt das. Wir wissen nicht, was die Leute wir mit uns beschäftigen. Die einzige Grund, warum ich mit euch mit euch ist, ist, dass Vince mein Leben verletzt hat. Wir brauchen Leute, plain und einfach. Und Sie können entscheiden, ob Sie kommen als eine Gruppe, oder split-up, oder was auch. Aber ich will nicht hier in der Öffnung, nach der Nacht. Also, in ein paar Minuten, ich werde zurück in mein Auto gehen und auf meinem Weg gehen. Hoffentlich, zumindest ein paar von Ihnen folgen. Also, ich gehe. Vielleicht sollten wir auch gehen, Siss. Wenn Roman noch nicht nachdenkt, er wird nicht da sein, dass wir da nicht tun können. Es gibt keine Chance, dass der Mann noch nicht nachdenkt. Wir sind nach dem Truck Stopp. Keine Ahnung. Roman ist kein Problem. Es folgen sie, das wird dich verletzt. Ich weiß, dass es ein Risiko ist, aber was noch da ist? Wenn Sie gehen, dann sind wir. Ich mag das, Leute. Wir sollten einfach weggehen. Ich glaube nicht. Natürlich nicht, Russell. Du glaubst nicht jemanden. Was wird es für dich verletzten? Ich weiß nicht. Russell, komm an. Oh, komm an, Leute. Ich meine, wir haben diese Fotos gelegt, damit jemanden uns zu finden, nicht wir? Well, es könnte ein Trapp sein. Was, wenn sie uns töten? Wir haben uns. Dankeschön. Jeder von dort ist ein Batschitt verrückt. Wir haben alle gesehen. Wir haben es gesehen. Wir haben alles gut gemacht, nicht wir? Relativ zu sprechen. Wenn wir dich verletzten, dann wären wir schon tot. Ich hatte eine Schuss und mich direkt aufgerissen. Also, was hat dich verletzt? Genau. Nichts. Schau, ich weiß, dass ihr alle Werte sind. Und ihr habt alle Werte zu sein. Ihr wisst nicht mich aus einem Schuss in den Boden. Und ja, es gibt einige verrückte Leute da draußen. Alles gut gemacht. Who wants to come with me? Um, I'm just not sure. We've been out here for so long and seen so much bullshit. I mean, is it really worth getting our hopes up? Of course it is, Russell. Hope is all we've got left. But being smart, that's what's keeping us alive. We have people of all ages in our colony. Teenagers, whole families. It's a chance to reconnect with people the way you used to. We understand. I think we've all made up our minds. Well, I guess we have our group. What do you want to do with these? This is a good thing. I know it is. Alles klar. How do we know, this will work out? You don't... Oh. Is gerade niemand mehr gestorben. Alles klar. Okay, Danny oder Justin. Wessen Fuß hast du? 70% der Spieler haben Justin's Fuß abgeschossen. Echt? Okay. Das ist so eine krasse Anzahl. Das hätte ich nicht gewartet. 50% der Spieler sind ausgestiegen. Oh, das ist ja 50-50. Ist ja nice. Nate verlassen. Wirst du gegangen oder geblieben? 75% der Spieler haben Nate verlassen, jo. Hast du Leland angelogen? Du und 25% der Spieler haben nicht gelogen. Nur 25% nicht? Okay. Hast du sie dort gelassen oder getötet? Im Wohnmobil gelassen, jo. Im Wohnmobil vor allem, hä? Die war doch in dem Dings, in dem Truck oder nicht? In dem LKW. Okay. Aber okay. Wo ist meine Maus? Oh, okay. Oh. Also, hat das Folgen, wie ich diese Storys spiele, diese 5? Ob die dann mitgehen oder nicht? Oder woran liegt das? Ha. Ist ein Ding. The Walking Dead for 100 Days. 400 Tage. Alles klar. Ist ja mal ein Ding. Ist das... Es ist nett. Ist das jetzt eigentlich so ein Teaser für Episode 2? Also sind die Charaktere, die hier jetzt da waren, in Episode 2 auch wieder vertreten? Oder sind das einfach nur halt so... einfach nur so aus Spaß Episoden gewesen? So von ein paar Charakteren. So einfach nur halt irgendwas, ohne irgendwie weiter ausgeführt zu werden in dem nächsten Teil oder so. Aber gut. Ja, an sich war ganz nett. War ganz cool. Also dafür, dass es halt... Es sind halt nur... Es waren nur 5 Episoden, so 20 Minuten, 30 Minuten maximal eine Episode oder so. Also... Ich glaube, die von Shell war die längste. Ich glaube... Ich glaube, die von Shell war die längste. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ja, es ist... Es ist nett. Es ist cool. So an sich. Hat mir gefallen. Jetzt weiß man auch, woher der Blutfleck kommt. Es ist okay. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Leute. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, das sind jetzt nicht ewig lange Credits. Aber gut. Ja. Ich bin froh, dass ich das so alles in Episoden einteilen kann, so. Dass eine Episode circa ein Part ist. Das heißt, ich habe 5 Episoden. Äh, also 5 Parts nochmal für YouTube, so. Und dann kann ich das alles perfekt nochmal so... Ja, einschreiben im Titel, so. Walking Dead, 400 Days. Und dann Part 1 oder Part Part... Weil es dann ja an das Let's Play anknüpft. Part 34, äh... Und dann einfach nur den Namen von dem Charakter. Vince oder Russell oder... Wyatt. Ist sowieso ein komischer Name irgendwie. Aber okay. Alle gespielt, Leute. Alle gespielt. Das war's mit The Walking Dead. Komplett jetzt. Also wir sind jetzt komplett fertig mit The Walking Dead, Leute. Mit der ersten Season. Die zweite Season kommt nach einem kleinen Nebenprojekt, sag ich mal. Also es kommt nach so ein kleines Projekt, würde ich sagen. Zwischendurch. Damit wir nicht gleich an Walking Dead anschließen. Aber danach kommt dann wieder Walking Dead Episode 2. Äh, Season 2. Ähm, dann geht's weiter mit Clementine. Gut. Ich hoffe, euch hat das gesamte Let's Play gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei, äh, das nächste Let's Play Projekt wieder, Leute. Haut rein.